Ja, ich habe eigentlich ein paar Sachen, die ich doch gerne sagen will. Erstmals, normalerweise fängt unsere Saison im Oktober an. Aber letztes Jahr haben wir uns entschlossen, vielleicht im September mal eine Art 3-out zu machen. Und dann haben wir vorhin in Deutschland geguckt, wo wir noch nie gewesen waren. Hier im Brunsvai. Ich war auch noch nie da. Aber wir haben ein wunderschönes Jahr. Das war eine gute Frage. Und wir wollten jetzt auch noch mal zurück. Und dann sind wir alle auch da. Auf jeden Fall, das hoffe ich. Dann noch eine andere Sache. Wir haben bis jetzt viel traditioneller Musik gemacht, gespielt. Aber ich möchte gerne zeigen, dass wir auch etwas anderes können mit unserer Lose-Sache. ein bisschen moderner, vielleicht ein bisschen rockig. Ich denke, meine Jungs stehen da, so lange muss ich ja leben, immer. Sonst mache ich den Rest. Und mach das. Irgendjahre hier. Das ist meine Sache. Okay, also meine Damen und Herren, wir rocken jetzt die Halle. Und wir haben gesagt, dass es ist so, dass man, wenn man meint, dass es Schluss aufsprengt und rausgeht hier in dieser Halle, bleiben Sie in diesem Fall, wenn Sie meint, dass es Schluss, bleiben Sie einfach sitzen, sonst verpassen Sie das Beste. Also, wir rocken die Halle. Und 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 wir rocken die Halle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020